Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten, neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe. Was ich geopfert habe. Was mich erwartet... Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir... All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Das ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erst mal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Was tun Sie? Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier, ich finde sie. Wir müssen sie finden. Weiter suchen. Wir müssen hier irgendwo sein. Ich muss hier irgendwie raus. Wir müssen die Kämpfe. Der Bahnhof ist am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Schon unterwegs. Ich brauche Hilfe. Die Tür zum Kontrollraum ist von Ihnen verliebt. Wir müssen Sie aufgreifen. Verdammt. Ich muss hier raus. Seltsam. Ich muss hier raus. Ein Militärabzeichen. Ich muss dieses Kabel aus dem Wasser kriegen. So. Scheiße! Nein! Hör! Na los! Ich muss das nicht mehr aufhören. 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 Was ist das? Wir dringen weiter. Wir dringen weiter. Wir dringen weiter. Wir dringen weiter. Und Anna. Anna. Oh Gott. Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. Ich kann es noch nicht mehr über diesen Ort. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020